Moin moin und willkommen zu World of Tanks. Ein bisschen spät angefangen hier auf Park Gorki wieder. Und im Panzerjäger 1. So, war ich gerade selbst von mir schockiert, überrascht, dass ich gar keine Ansage gemacht habe. Da, 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 da war ich im Gedanken versunken. Und ich fahre ja wieder einen Panzerjäger, das heißt ich muss vorpreschen und die Panzer jagen. Ist doch so, ne? Ja, doch. Ist er da? Da, 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 da. Das sieht sich hier mit dir aus. Oh, BT-2 von links. Oh Gott. Hätte ich auch fast auf unsere eigenen geschossen. So, kreuzen wir mal rum. War ich nicht gerade einer von uns hier noch? Nein, falsch rum. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wirkungstreffer. Ich sehe sie nicht mehr. Hm, 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 hm. Oh, Abschluss kriege ich aber nicht. Aber zumindest ein paar Schadensdingerchen. Das bringt auch gute Punkte. Ähm, Abteller Hillersee. Ähm, Abteller Hillersee. Na toll. Boah, das ist ein Tag des Aliens schiebend bei mir. Bereit zu feuern. Wirkungstreffer. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ziel erfasst. Erwischt. Ist ja wie Tontorben schießen hier. Ja, da haben wir das Glück mal Tier 1, 2 Gefecht zu kommen. Dann kann man auch abräumen. Außer man, äh, ist zu lahmarschig. Dann kann man das natürlich nicht. Schön auf etwa 60 Lebenspunkte runter schießen. Das ist immer gut. Ziel erfasst. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Erwischt. Ziel erfasst. Das war's für uns. Raus hier. Hab ich ihn getroffen? Ich glaube, ja. Das war's mir wert. Ja. Oh, hätte ich ja fast noch einen Krieger gekriegt. Ich glaub's ja nicht. Unfassbar. Naja. So, ich spiel den eigentlich auch nur diese eine Runde, weil ich, ähm, ja, reicht noch nicht ganz. Ich will noch ein Funkgerät freischalten. Deswegen spiel ich hier eigentlich nur. Oh, hier, guck mal. Teamauswertung. So, fertig. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.